Guten Abend, liebe Leute. Der Tag ist fast vorbei. Damit auch der anstrengende Teil der Woche, sagen wir mal, ist auch größtenteils vorbei. Und ja, heute wird er nochmal ein bisschen gecastet mit Zun zusammen und dann hat Stahlbolz noch eine Runde gecastet. Und dann sitze ich hier und gucke ein bisschen TakeTV, will gerade nochmal ein bisschen in den Replays reingucken und dann heißt es, ey, spiel mal gegen den und den. Habe ich hier wie noch bei den TakeTV Community Games, wie auch immer das offiziell heißt, habe ich noch eine Runde gespielt und ich habe echt Angst gehabt, dass ich Hardware gesmurft werde, muss ich zugeben. Aber ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, das Spiel. Es hat geklappt und darüber freue ich mich ein bisschen. Ja, sowas ist immer spontan outgecallt zu werden, mit hier spiel mal ist, ja, weiß ich nicht. Aber hat ja zum Glück funktioniert, sage ich mal so. Ansonsten für mich, was auf dem Plan steht, ist jetzt gerade bzw. gleich noch so ein bisschen YouTube-Videos reinstellen, damit da auch wieder immer schön was kommt die nächsten Tage. Und am Sonntag ist Handball angesagt mit zwei Spielen. Das heißt, da werde ich auch erst am Anfang mir mal anzugucken, welche Rückennummern haben welche Spieler von den Gästen. Und damit ich da auch weiß, ja, was ich da erzählen kann und nicht immer nur sagen muss, ey, Nummer 7, ey, 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 sondern dass man halt auch die Namen weiß auf jeden Fall, das den Co-Castern mitgeben kann und so weiter. Also das ist schon ganz gut und noch so ein paar andere Sachen vorbereiten. Und ja, morgen wird für mich ein sehr entspannter Tag, denn morgen habe ich tatsächlich, habe ich überhaupt irgendwas im Kalender? Ich glaube tatsächlich nicht. Ne, ich habe morgen nur im Kalender zwei, ja, zwei Sportveranstaltungen, wo ich zuschauen könnte. Ein Handballspiel und ein Basketballspiel, wo ich mir überlegt habe, ob ich vielleicht mal in die Halle fahre. Ansonsten ist den ganzen Tag chillen angesagt. Und chillen heißt im Normalfall auch irgendwann ein bisschen StarCraft streamen und dazu eben ein bisschen andere Sachen machen. Also irgendwann werde ich wahrscheinlich morgen mal wieder online sein auf meinem Kanal und dann könnt ihr vorbeischauen. Und dann war es das, glaube ich, für heute. Ich sage euch jetzt schon mal, wenn ihr Ergebnisse habt aus der Woche, wenn ihr irgendwo StarCraft gespielt habt oder so, dann sagt gerne im Discord-Channel Ergebnisse Bescheid, denn Sonntag gibt es natürlich wieder die Ergebnisseübersicht der ganzen Woche. Dann kommt es da mit rein. Und ja, sonst Gedanken zur nächsten Woche, habe ich schon auf dem Stream heute gesagt, dass man da mal gucken muss. Vom 8. bis 12. ist ja Katowice. Und da ist eben die Frage, wie lange gehen die Games? Wenn man die Spielpläne guckt, dann sind die letzten Spiele mit Start 21 Uhr geplant. Das heißt, das lohnt sich eigentlich nicht zu warten, bis Katowice vorbei ist und dann nachzucasten. Das bringt eher weniger. Könnte man auch überlegen tatsächlich. Aber dann muss ich halt auch gucken, ja, sagen wir, machen wir den nächsten Tag morgens mal frei und machen Homeoffice oder schieben wir auf jeden Fall die Arbeit auf nachmittags oder so. Das muss ich dann noch abstimmen, weil sonst kann ich nicht von 10 bis 12 irgendwie casten. Oder Alternative ist natürlich, dass man irgendwie morgens vormittags vor 12 Uhr castet. Da weiß ich schon mal, dass ich am Samstag keine Zeit habe, weil da eine Handballaktion ist, um 9.30 Uhr Vereinsvertreter treffen. Aber Sonntag könnte das klappen. Sonntag, sag ich mal, so 10 bis 12 irgendwie eine Liga reinbauen würde funktionieren. Einen der anderen drei Tage würde wahrscheinlich auch klappen, dass ich quasi die Arbeit auf den Nachmittag schiebe. Da muss ich dann aber eben auch gucken, will ich das wirklich? Kommt vielleicht jemand mit, der auch co-casten kann und so weiter? Und ja, das ist so ein bisschen noch in der Schwebe. Ich glaube, wir werden morgen mal so ein bisschen die anderen abfragen, wer wann wie wo ein casten kann nächste Woche, dass wir vielleicht Montag und Dienstag so ein bisschen konzentriert alles zusammen basteln, so dass wir den Rest der Woche vielleicht alle zusammen per Vize gucken können, so mehr oder weniger. Und dann direkt danach die Woche Montagdienst auch wieder komplett durchstarten. Also ja, so viel dazu. Jetzt war es das für heute. Wenn ihr Bock habt, morgen StarCraft bestimmt und vielleicht auch andere Sachen. Aber jetzt, ja, schönen Abend noch, gute Nacht. Kommt gut in den Samstag und haut rein! Kommt gut in den Samstag und haut rein!